Weil Sechstein mich beeinträchtigt hat. Der hat mich dazu gezwungen. Der hat gesagt, der rapet mich, wenn ich es nicht tue. Ja. Mal was schnell was trinken und los geht's. Sagen wir es so. Ich hab früher mal nur OS gezockt. Und davon hab ich wirklich, wirklich, wirklich sehr viele schlechte Erfahrungen gemacht. Erstens, weil es nur begrenzte Sachen an Waffen gab. Auswahlen. Zweitens, gab es nur OS-Facts, die glauben, dass nur weil sie OSler sind, alles bekommen, was sie wollen. Wovon sowieso erstmal 80% aller Räume nur OS sind, was ja glücklicherweise jetzt nicht mehr möglich ist ohne PW. Aber das dritte, Aim-Verlust. Knallharter Aim-Verlust. Und das werde ich mir nicht nochmal antun. Zumindest nicht über längere Zeit. Und vierter Grund. Das da. Ein Railer. Ich weiß, es ist theoretisch nicht verboten, aber es ist einfach das sieht man schon die Einstellung vieler, vieler, vieler OSler. Scheiß auf Regeln, scheiß auf alles, mach was du willst. Es ist kein Skill drin, es ist nur Luck. Luck und Hinterhältigkeit. Und deswegen hasse ich OS. Auch wenn es im englischen Server ist, die sind genauso. Die sind genauso wie die deutschen. Zumindest die. Moment. Da ich jetzt gerade dabei bin. Sorry. Aua. Ja. Und drittens kommt hier die schöne S... Ne, fünftens. Fünftens waren wir schon. Ja. Die schöne Heavy von CS. Der schöne Heavy. Kommt hier schön raus. Weil es nur fünf Waffen mittlerweile gibt in den US. Und wenn man mal bedenkt, dass OSler sowieso Facts sind, werden sie wahrscheinlich nur spammen, nur spammen, nur spammen. Aber im Nook geflamed, ich werde für euch und für Seestern, dem Raper, zwei OS-Matches machen. Einen TD und einen DM. Und DM ist wirklich das Schlimmste, weil da ist nur gespame. Einer geht mit CS drauf, der nächste geht mit CS drauf, etc. Aber ich erzähle euch nicht zu viel. Mein Zug. Ich zeige euch, was ich kann. Komm. Ups. Okay, das war Fail. Und der nächste Railer. Ja. Schön. Komm. Ich gucke einfach mal zu, bis der Typ unten ist. Ja. Und sterb. was war denn das gerade? Habe ich gerade in der Luft ein Dash gemacht? Okay, das war awkward. What who cares? Bin ich immer noch auf dem Deutschen? Ja, ich sollte... Ach, das ist der Deutsche. Hm, okay. Dann ist es noch drastischer, als ich gedacht habe. Beziehungsweise ist es für die Deutschen nicht so drastisch, weil die sowieso an... Weil ich bei den Deutschen sowieso an drastische Verhältnisse gewöhnt bin. Aber ich werde aufhören zu hören. Sorry. Komm, schaffst du. Neb. Äh, Nap. Sorry. Epic Lag. Was ist jetzt wieder los? Ähm, einer Lag, da wird wahrscheinlich der Meister sein. Äh, Meister. Master. Naja. Ja. Aua. Genau das meine ich. Aua. Hm. So. Naja, also, äh, ihr habt es sicherlich mitbekommen, so von wegen, äh, Patch. Den ersten Season-Patch. Ich weiß nicht, was die Seasons bringen. Geldmacherei oder einfach nur Stupidität. Aber, naja. Gab zwei neue Waffen. Eine, ne, drei sogar. Einmal Homing Riffle, die kam vorher, aber wurde abgeschafft, weil sie zu stark ist, von wegen Auto-Aim. Dann Twinblade, die sind ganz okay, beziehungsweise, sie sind eine gute Melee-Waffe, aber ich kann sie nicht gebrauchen. Und, ähm, was war noch? Äh, ich glaube, das war, Moment mal, entfällt mir das sogar? Komm her. Oh, das war unfair. Ähm, Moment, Twinblade und, ach genau, Earthbomber. Genau. Also nur eine neue Melee-Waffe. Und halt zwei Dagger. Der jetzt, da ja auch, da der ja auch, äh, OS ist. Gotcha. In before CS. Lol. Und mein Cap. Bitte, resette nicht. Tu es nicht. Ich bitte dich. Niemals resetten wir, niemals ab. Komm, sterb. und. Aua. Na also. Ach, sorry, sorry. Ja, wie es aussieht, sind wir nicht allzu gut gerade. Ich bin eigentlich geübt in OS. Ich bin eigentlich geübt in OS, zumindest von früher, aber sehr viel Erfahrung habe ich dann jetzt im Moment nicht. Beziehungsweise, andersrum, Erfahrung habe ich, aber den Skill habe ich gerade irgendwie in meiner Hosentasche und kriege ihn nicht raus. Deswegen, ja, müssen wir uns erstmal einspielen. Vielleicht werde ich beim nächsten Set sofort wieder mit OS anfangen. Aber nur wenn es sein muss. Wow. Tschüss. Und rein damit. Boom. Ja. Ist immer dasselbe Schema. Man holt sich den Ball. Ich kann es euch gleich mal demonstrieren hier. Ich nehme den Ball. Ganz schnell runter. Ball nehmen. Hochrennen. CS benutzen. Und scoren. Ich kann es euch auch mal demonstrieren hier. Meiner. Da kommt schon der Erste und tschüss. First. Aua. Okay, das war jetzt doch etwas doof angestellt. Aber im Prinzip wisst ihr doch, was ich meine, oder? CS always works. Almost over. Oh, fail. Please, God, get me out of this. Wir hatten Ball. Reinstecke, Sau. Mhm. Alright. In before creative names. Mein Ball. Puh. Den hatte ich. Herrgott, nochmal, ey. Ja, ja. Fumbi-Camper. Muss dir einer immer raushelfen, oder was? Tschüss. Encore, los. Jetzt renne ich in Encore. Encore. So. Hab grad was anderes im Kopf gehabt. Okay. Ich glaube, ich muss grad mal... Moment. Just a second. B, R, B. Äh, ich meine, R, E. Muss nur mal kurz hier strecken und so, damit ich besser in Form bin. Die already. So. Jetzt sollte es besser gehen. Und ja, ich hab mir den Fuß gestoßen. 1, 8. Ja, schön. Aua. What the fuck? Mein Spam hat nicht funktioniert. Was bedeutet? Mehr Spam. Oh. Okay. Ich bin nicht, sondern nicht besser als vorher. Kann vermutlich auch im Leck liegen. Ich hab nicht 32 FPS. Pretty less. GTFO. All of you. Gotcha, bitch. Aua. Was machen die denn mit dem? Die already. Oh, Rail. What a surprise. Ich hab grad gedacht, da ist jemand hin. Eins. Zwei. Heckmore. Ja, ist klar. Verdammt nochmal. Und ja, er heißt Ami-Fighter. Hat aber Fighter falsch geschrieben. Man schreibt das zuerst mit G, H und dann mit T. Aber... Ja. So much to that. Herrgott, verpiss dich. So. Jetzt kümmern wir mich mal um den Railer. Fail. Ach. Fail. Fail.